Wir, die Firma Werkzeugweber, sind kein Hersteller von Werkzeugen, sondern genau ein Handelsunternehmen. Und wir handeln mit allen Markenherstellern von Werkzeugen. Wir machen aber auch Büroausstattung und ganze Betriebsausstattung bis hin zu großen Regalanlagen und Konferenzräumen. Alles außer Waffen und Droh. Als Familienunternehmen ist es eben wichtig und es liegt uns auch am Herzen, mit unseren Mitarbeitern zu wachsen und sie auch nicht zu überfordern. Deswegen bieten wir dort auch Schulungskonzepte an und Möglichkeiten, die sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen können, damit wir gemeinsam in eine positive Zukunft gehen können. Ich bin froh, dass ich heute nach 20 Jahren immer noch hier sein kann. Mir gefällt das familiäre Umfeld und dass ich Beruf und meine Kinder so gut unter einen Hut bringen kann. Ich bin 70, werde jetzt im März 71 und solange ich gesund und fit bin, mache ich weiter. Ich bin 70, werde jetzt im März 71 und 15 Jahrhundert teilnehmen. Ich bin 70, werde jetzt in やlem die Kinder so gut unter anderem zu bezüglichen. Ich bin 76, werde jetzt in dieiałem, damit ich konten treten und dürfen. Ich bin 20, werde jetzt in die ersten Stunden in der Welt hässchen, die die Küche zurückhaltende haben. Ja. Ich bin 70, werde jetzt in die nächsten Stunden bin. Ich bin 50, werde jetzt in die Zukunft bis zu überwachsen. Ich bin 70, oder ich bin 50.